Unerwartet verstarb am 1. September, nachdem er zuvor die Jubiläumsmesse am Traunstein gehalten hatte, beim Abstieg durch eine Herzattacke der beliebte Ischler Stadtpfarrer Mag. Christian Oehler. Oehler, 1958 in Linz geboren, wurde 1982 zum Diakon geweiht. Von 1995 bis 2010 war er zunächst Kurat und im Anschluss Pfarrer in Linzauwiesen. Die vergangenen 14 Jahre verbrachte Christian Oehler als Stadtpfarrer in Bad Ischl. Er war nicht nur weit über die Grenzen unserer Stadt und des Salzkammergutes als offener geistlicher Bekannt, der viele Brücken zu anderen gebaut hat. Ihm ist auch ein umfangreicher Erneuerungsprozess der Stadtpfarrer Kirche Bad Ischl zu verdanken. Mit viel Gespür wurde der Innenraum modernisiert und neu gestaltet. Auch die umfangreiche Sanierung der Kaiserjubiläumsorgel wurde von ihm eingeleitet und umgesetzt. Er war in vielen Bereichen ein Vordenker, der durch seine unkomplizierte Art, aber auch durch seine reflektierende Art die Leute begeistern konnte.